Fühlst du dich auch etwas verloren in der Welt der Finanzen? Vielleicht weißt du bereits, dass du dein Geld investieren solltest. Doch du denkst, du bräuchtest eine Art geheimes Wissen, um sicherzugehen, dass du nicht alles verlierst? Ich verrate dir etwas. Du besitzt bereits jetzt die Fähigkeit, dich in der Finanzwelt zurechtzufinden. Und mit genau diesem Video starten wir und ich erkläre dir Schritt für Schritt, was ein ETF ist und welche Vorteile er dir bietet. Also legen wir los. Hi, ich bin John von Capitalix und ich möchte dir helfen, mehr über die Themen Geld, persönliche Finanzen und Investitionen zu lernen. Wenn du finanziell unabhängig werden möchtest, abonniere meinen Kanal und gib dem Video ein Like, wenn es dir geholfen hat. ETF steht für Exchange Traded Fund und heißt zu deutsch Börsengehandelter Indexfonds. Schauen wir uns einmal genau an, was ein Index und was ein Fonds überhaupt ist. Ein Fonds ist nichts anderes als ein großer Topf, in den viele Leute, in diesem Fall die Anleger, ihr Geld hineinlegen. Dieser Topf wird in der Regel von einem Fondsmanager verwaltet. Der Fondsmanager ist wie ein Küchenchef im Restaurant. Er entscheidet, welche Zutaten, also Aktien, Anleihen oder Anlageformen er verwenden will, um das beste Gericht zu kochen. Oder besser gesagt, die höchstmögliche Rendite für seine Anleger zu erwirtschaften. Das Ziel ist es also, durch kluge Anlageentscheidungen Geld für die Anleger zu verdienen. Allerdings unterscheidet sich ein Indexfonds, also unser ETF, von diesem klassischen Fonds. Anstatt den großen Topf mit Geld unserem Küchenchef, also dem Fondsmanager zu geben, der entscheidet, welche Aktien oder Anleihen er verwenden will, folgt der Indexfonds einem einfachen Rezept, dem sogenannten Index. Ein Index kannst du dir wie eine Fußball-Liga-Tabelle vorstellen. Du möchtest wissen, wie gut eine Fußballmannschaft in deiner Stadt spielt? Es wäre ziemlich anstrengend und zeitaufwendig, jedes einzelne Spiel zu verfolgen, oder? Also was machst du? Du schaust dir die Fußball-Liga-Tabelle an. Diese Tabelle gibt dir eine Übersicht darüber, wie die Mannschaften im Vergleich zueinander abschneiden. Ein Aktienindex funktioniert auf ähnliche Weise. Es ist wie eine große Tabelle für Aktien. Ein Index fasst also eine Gruppe von Aktien zusammen und gibt einen Überblick über deren gemeinsame Performance. Nehmen wir zum Beispiel den DAX in Deutschland. DAX bedeutet dabei nichts anderes als deutscher Aktienindex. Er besteht aus den 40 größten und liquidesten Unternehmen, die an der Frankfurter Börse gelistet sind. Wenn der DAX steigt, bedeutet das, dass die Mehrheit dieser 40 Aktien im Preis gestiegen ist. Wenn der DAX fällt, dann sind die meisten dieser Aktien im Preis gefallen. Dabei kann ein Aktienindex auf vielfältige Weise gebildet werden. Einige repräsentieren bestimmte Branchen, wie Technologieunternehmen. Andere bestimmte Länder oder Regionen. Und einige repräsentieren nachhaltige oder grüne Unternehmen, welche erneuerbare Energien herstellen oder zum Beispiel Abfall reduzieren. Einige bekannte Beispiele für ETFs, die einen Aktienindex abbilden, sind zum Beispiel der Dow Jones Industrial Average. Dies ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Indizes der Welt. Er besteht aus 30 großen börsenorientierten Unternehmen in den USA und wird oft als Indikator für die allgemeine wirtschaftliche Gesundheit der USA verwendet. Oder der S&P 500. Dieser Index umfasst die 500 größten Unternehmen, die an den US-Börsen gehandelt werden. Er gilt als guter Indikator für die US-Wirtschaft insgesamt, weil er so viele verschiedene Unternehmen aus so vielen verschiedenen Branchen umfasst. Oder der Nasdaq Composite. Dieser Index umfasst alle Aktien, die an der Nasdaq-Börse gehandelt werden. Da die Nasdaq viele Technologieunternehmen beheimatet, wird dieser Index oft als Indikator für die Performance der Technologiebranche verwendet. Wenn wir uns eine Aktie also wie eine Frucht vorstellen, dann ist ein ETF also wie ein kleiner Obstkorb, der bereits eine Auswahl an verschiedenen Früchten enthält. Mit dem Kauf eines ETFs kaufst du also nicht eine einzelne Aktie, sondern eine Sammlung von verschiedenen Aktien. Auf diese Weise kannst du dein Risiko verteilen, denn wenn eine Frucht im Korb schlecht wird, also wenn eine Aktie an Wert verliert, hast du immer noch viele andere gesunde Aktien in deinem Korb. Doch warum sind ETFs so populär und welche Vorteile gibt es? Die ETFs haben die Finanzwelt ziemlich aufgemischt. Dank ETFs können nämlich auch Kleinanleger bereits mit bescheidenen Beträgen ein gut diversifiziertes Portfolio aufbauen und ihre Risiken breit streuen. Es ist nicht mehr notwendig, jede Aktie einzeln auszuwählen oder hohe Gebühren an den Fondsmanager zu zahlen. Dadurch wurde Kleinanlegern die Tür zu Diversifikation und potenziellen Renditen aufgestoßen, die früher oft nur vermögenden Anlegern vorbehalten waren. Schauen wir uns die 5 Vorteile eines ETFs mal ganz genau an. Zunächst, ETFs sind günstig. Die Kosten eines klassischen Fonds sind ca. 5-10 mal so hoch wie die eines ETFs. Im Durchschnitt hat ein Aktien-ETF eine Kostenquote von 0,37%. Ein aktiver Fonds erhebt Gebühren von durchschnittlich 1,75%. Investierst du z.B. 10.000 Euro, bedeutet das, du zahlst jedes Jahr 175 Euro nur für die Verwaltung des Fonds. Nach 10 Jahren hättest du also 1.750 Euro an Gebühren gezahlt und das unabhängig davon, ob der Fonds Gewinne oder Verluste gemacht hat. Bei einem ETF mit der Kostenquote von 0,37% wären es nur 37 Euro im Jahr gewesen, da er nicht aktiv verwaltet werden muss. Zweitens, ETFs sind maximal diversifiziert. Du kannst in hunderte, manchmal sogar tausende von verschiedenen Aktien oder Anleihen investieren, die in einem Index enthalten sind. Es ist vergleichbar mit einer gut zusammengestellten Playlist, die eine breite Palette von Musikstilen abdeckt und nicht nur auf ein oder zwei Genres beschränkt ist. Niemand diversifiziert also so gut wie ein ETF. Als drittes, ETFs sind völlig emotionslos. Bei aktiven Fonds haben wir es mit einem Fondsmanager zu tun, der Entscheidungen darüber trifft, welche Wertpapiere gekauft und verkauft werden. Obwohl diese Manager hochqualifiziert sind, sind sie dennoch Menschen und können Entscheidungen auf Basis ihrer persönlichen Meinung, Vermutungen oder Emotionen treffen. Manchmal kann das gut gehen, aber manchmal kann es auch schief gehen. ETFs hingegen werden passiv verwaltet. Das bedeutet, die menschliche Komponente wird außer Acht gelassen. Sie kaufen und verkaufen nicht auf der Grundlage von Vermutungen oder Gefühlen, sondern orientieren sich einfach an der Zusammensetzung des Index. Zudem zeigen auch viele Studien, dass passiv gemanagte Fonds, also Indexfonds und ETFs, auf lange Sicht tendenziell besser abschneiden als aktiv gemanagte Fonds. Der vierte Vorteil, ETFs eignen sich für jeden. Egal ob du ein junger Anleger bist, der gerade mit dem Sparen beginnt oder du bereits ein erfahrener Anleger mit großem Kapital bist, ETFs sind für jeden zugänglich und eignen sich für eine breite Palette von Anlegern. Der fünfte Vorteil, ETFs sind liquide. Das bedeutet, du kannst einen ETF kaufen oder verkaufen, sobald die Börse geöffnet ist, also den ganzen Tag über. Bei einem traditionellen Indexfonds hingegen geht das in der Regel nur einmal am Tag und muss über den Fondsanbieter abgewickelt werden. Zudem kannst du frei über dein investiertes Geld entscheiden. Bei einer Immobilie oder einer privaten Rentenversicherung ist das nicht der Fall oder oftmals mit hohen Kosten verbunden. Egal ob du gerade erst anfängst zu investieren oder ob du schon ein alter Hase im Geschäft bist, ETFs können eine tolle Ergänzung zu deinem Anlageportfolio sein. Sie sind eine einfache, kosteneffiziente und zugängliche Möglichkeit in den Aktienmarkt zu investieren. Sie bieten dir eine hohe Diversifikation und ermöglichen es dir, ein breit aufgestelltes Portfolio aufzubauen. Der passive Ansatz und die Transparenz sind dabei perfekt, wenn du langfristig in den Markt investieren willst. Wenn du noch nicht genau weißt, ob du bereit für deine erste Kapitalanlage bist, dann empfehle ich dir jetzt mein Video über die 5 Schritte der ersten Investition zu schauen und die Grundlagen finanzieller Entscheidungen zu erlernen. Vielen Dank fürs Zuschauen, mach's gut und bleibt informiert. Euer John